hey meine rambas schön dass ihr auch heute mal wieder rein geschaltet habt und zwar zu einem let's play mit dem fv 215 b 183 der puren damage maschine bei world of tanks und ich bin schon sehr gespannt was hier so passiert der damage auf dem datenblatt sieht fabelhaft aus und da schauen wir was unser englischer freund so reißen kann wäre auch so ein panzer auf den ich auch irgendwie bock hätte aber ich wüsste am schluss würde ich damit stark verkacken von dem her so viel los in der mitte wie mittlerweile immer schon oder an x der hat hier gleich gespottet da müssen jetzt alle zurück die iso bekommt da den ersten ab der e55 bald an ihm hier ab der einig ist da jetzt schon weg das heißt jetzt kann man sich wieder aufstellen und dementsprechend elmen und warten bis ein schönes ziel kommt so vielleicht ist auch den t10 ein ja aber nur 123 schaden den killer bekommen aber der schaden ist überschaubar so jetzt brauchte den nächsten und da vielleicht mal den nächsten vollen gegner nein der stadt kann jetzt leider nichts anstellen keiner den er hier beschießen kann der amix der macht sagte der toll den doch so der leopard warum kommen 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 ja einfach mal bleibt da hinten gehalten ob das jetzt ein hit war kann ich euch nicht sagen da müssen wir warten dass das nächste mal wieder aufgeht oder eben nicht ja sieht so aus als ob das mit war da fach ganz schön wenig struktur nur noch dort so nächste granate ist im rohr oder haben wir ein panther auto ein panther zieht sich da noch rechtzeitig zurück und 55 992 schaden k s aber gern das ist halt einfach wirklich schon fies du stehst du da und extra war habe ich noch viele points wenn ich mitbekommen kein tod so da durch die stadt da drücken sie jetzt wohl langsam leider ein bisschen der 103 ja auch du bist aber weg da sieht man das ist gar nicht so gut jemanden nachzufahren sondern vielleicht doch vorher der erste zu sein sowie der 100 der konnte auch nicht beschossen werden so jetzt müssen sie echt aufpassen weil die 1 2 linie die ist komplett frei die stadt ist komplett gegner besetzt die mitte haben sie nicht also sie sind ja sehr passiv aber sie haben ja auch hier das monster na wo gibt es das nächste mal eine möglichkeit da ja mal einer der mal nicht 1000 schaden macht und jetzt ist offen arti hält aber auch rein und er 100 prallt ab und der 50 b wahnsinn vk 1300 jan also das ding ist einfach krass 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 und auch der 100 prallt die ganze zeit an ihm ab ich kann euch schon mal verraten am ende hat er 4160 schaden abgeprallt ja der ist weg und da der 50 m der muss noch einmal rumschauen ja das land schon da bekommt er schon die kelle auch dafür jagdpanzer auch noch dabei da muss er sich zurückziehen ich hoffe dass die arti jetzt da rein hält weil sie es wahrscheinlich gar nicht hinbekommen wird jetzt machen sie guten schaden das war spannender treffer objekt nimmt es den e 50 m raus jagdpanzer hat geschossen seine chance da jetzt nachzusetzen werden wir draußen noch nicht so ganz dann die präschen ist natürlich so ein thema oh ja der ist gut der ist gut der sitzt glück dass jetzt über die 1 2 linie nix von hinten kommt drei hit points noch oh du bist tot ja da hat der panther ein bisschen zu viel geguckt und wurde dann natürlich wie soll es anders sein mit der mit der breitzeit die dir zeigt wurde natürlich raus genommen eine granate hat er noch eigentlich hatte zwei vielleicht will er dann auch ein bisschen ermutigen der jagdpanzer ist raus jetzt noch der amx und der e 75 ja perfekt und der 50 b hält da rein und er versteckt jetzt hier hinter dem frack das objekt 430 schaut jetzt hin und sucht den amx arti ist schon mal raus und da ist der amx und auch der wurde zerstört ja ende des tages 1200 unterstützt 4000 geblockt und 10500 gemacht krasser schaden krasses gerät krass coole runde hat mir spaß gemacht ich hoffe euch auch bis zum nächsten mal auch hierher kamer Vielen Dank.